Jo meine Freunde, es gibt jetzt nämlich was ganz Neues hier auf meinem Kanal und zwar gibt es einen Discord-Server, ganz neu, weil mich sehr viele Leute gefragt haben, wann das kommt. Ja, jetzt ist es da, es ist Zeit, dass ich mal einen Discord-Server auch mal mache und hier haben wir zum Beispiel die Begrüßung, dass ihr nämlich erstmal euren Namen hier drauf schreibt und dann seid ihr auch wirklich richtig drinnen hier, dann halt die Regeln, könnt ihr euch dann alles erstmal durchlesen. Hier seht ihr die neuen Videos, die ich jetzt immer mache, also falls ich jetzt ein neues Video auf YouTube hochlade, seht ihr das direkt auf Discord, falls ihr nicht schnell auf YouTube seid, dann seht ihr auch hier die Community-Nachrichten auf YouTube, also da könnt ihr einfach hier draufklicken und dann seid ihr direkt hier im Community-Tab. Ist alles super. Achso, scheiße, das habt ihr ja gar nicht gesehen. Dann gibt es noch die Community-Unterhaltung, also hier alles für die Community-Videos, Fotos, Memes und dann halt noch Unterhaltung und warum ist denn das da unten? Das ist ein bisschen komisch, naja, egal. Obwohl, warte, das würde ich jetzt, oh, jetzt bin ich drinnen hier, das würde ich jetzt eigentlich erstmal ändern, aber das werdet ihr dann wahrscheinlich gleich sehen. Ich ändere das danach. Dann hier die Spiele-Einladung, falls ihr euch in irgendwelchen Spielen einladen wolltet und dann halt hier noch die Spiele-Voice-Chats. Ich werde noch mehr raufpacken, zum Beispiel die Warzone-Videos. Warzone-Unterhaltung, Warzone-Memes, was weiß ich noch, Warzone-Einladungen und so weiter. Aber erstmal ist das jetzt der Stand der Dinge und da wird sich natürlich noch vieles ändern, also das wird jetzt nicht so bleiben. Ich schicke euch einen Link in der Beschreibung und in den Kommentaren, weil ich viele kenne, die nicht in den Beschreibungen gucken. Deswegen werde ich sie nochmal extra in den Kommentaren reinpacken. das hier, der neue, ähm, Discord-Server. Ja, er ist natürlich noch viel, viel ausbaufähig, aber ich bin schon mal froh, dass ich überhaupt einen habe. Gut, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.